Hallo, willkommen bei uns im Kanal und heute zeigen wir euch die Proteinmilch, den Proteindrink von Globe Milk. Das ist ein Hersteller aus den Niederlanden, der bringt gerade neue Produkte auf den Markt und dazu gehören einmal Protein Vanilla und hier hinten auch Schokolade, haben wir euch schon mal da hinten hingestellt. Das sind jeweils in der Dose Pfandfrei 250ml, Heilprotein, wenig Zucker und kein Fett hinzugefügt. Ja, wie sieht er aus, wie schmeckt er? Wir testen ihn einfach mal, dafür haben wir das übliche Glas. Man soll ihn ein wenig schütteln, das steht drauf, vorsichtig schütteln vor Gebrauch. Das machen wir mal und jetzt hoffen wir mal, dass er uns jetzt nicht entgegenspritzt, tut er natürlich doch. Und wir schütteln es mal in den Pin, da kann man schön sehen, wie die Milch auch aussieht. So sieht sie dann in der Nahaufnahme aus, der Proteindrink. Leicht gelblich, ja nicht wirklich gelblich, aber man merkt schon, dass Vanille drin ist vom Geruch. Jetzt nicht wirklich intensiv vanillig. Und vom Geschmack her schmeckt es wie die Vanillekindermilch, die wir in der Schule früher hatten. Also wirklich jetzt nicht so richtig intensiv nach Energy oder nach Proteindrink, sondern sehr positiv. Also, wow, ich bin jetzt nicht der Proteindrink-Experte, aber geschmacklich sehe ich da keinen Unterschied zu einer Vanillemilch.